Wir sind aufgestiegen, haben nachher 5.000 Meter wirklich ein super Logo Platz gefunden, haben wir gekannt, nachher auf Nacht einen wundervollen Sonnenuntergang geniessen. In der Früh ist nachher gleich mal losgegangen, jeder ist in seinen Stirnlampen, Kegellicht entlanggegangen, bis die Kletterei eigentlich umgefangen hat und wir haben wirklich bis zum Gipfel eine wunderschöne Kletterei fortgefunden und wir haben um 8.00 Uhr in der Früh schon insgesamt kapilliert und die ganzen Berge von Korum sind ihm sozusagen vor den Füßen gelegen. Untertitelung des ZDF, 2020